Eine ganz wichtige Wahrheit, die wir aber sehr oft im Leben aus den Augen verlieren, ist ganz simpel. Es gibt im Leben keinen Bonus dafür, dass du alles auf die harte Tour machst. Das heißt, dass du einfach nur immer den harten Weg gehst. Dafür gibt es wirklich keinen Bonus. Wenn du eine Abkürzung findest, die einfacher ist und zum gleichen Ergebnis führt, dann solltest du sie auch nehmen, denn niemand wird dich dafür bezahlen oder belohnen, dass du es dir extra schwer machst. Deswegen mach es dir einfach und viel Erfolg!